geschafft willkommen zurück beim landwirtschaft simulator und es sieht so aus als hätte ich es geschafft reicht es mal gucken ok es reicht teilweise wieder falsch drin so jetzt warte mal hell und jetzt jawohl nein na komm freunde jawohl jetzt 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 und das muss jetzt reichen das muss jetzt reichen verkauft alles verkauft juhu ich habe so die schnauze voll von holz ab jetzt gibt es nur noch fichten die ganz gerade sind so schnur gerade fichten will ich haben der rest vom holz wird jetzt klein gehäckselt und kommt in die bga da hole ich mir jetzt so eine holzfräse und jetzt mache ich klein holz so frostmaschinen nein ich will so eine anbau fräse haben na nu gab es da nicht mal so eine verlade fräsen mit dem die man ausklappt und dann macht ihr alles klar aber die hat noch nicht installiert ok notiz fürs nächste mal bitte installieren oder war die woanders nein nein zurück was gibt es noch schneid ach so schneidwerke schneidwerke wagen nein dollys gewichte mehr gibt es nicht dann habe ich die noch nicht installiert ihr wisst ihr was ich meine dieses komische ding was man da vorne macht was dann so ein rohr hat wie die verladefräse bio belts die ist es nicht ja ist noch nicht installiert mist jetzt muss doch bei ladewagen nein ach keine ahnung dann muss ich das ding beim nächsten mal besorgen schneidwerke kartoffel technik ein tief lockerer ist es auch nicht egal würde ich behaupten war es das jetzt lass uns mal a den verkehr wieder einschalten und b nach unserem feld schauen der dahinter hat auch hafer eingebaut mit unkraut feld 10 du möchtest feld 10 bestimmt gestriegelt haben möchtest du nicht es würde mir jetzt aber gelegen kommen warte mal was kostet ein feld 10 94.000 ich habe 28 ja für 28 kann ich den shop kaufen aber der bringt mir nichts der bringt mir nichts so ich brauche nämlich eine holz schnitzel fräse und dann nehme ich den ganzen quatsch hier oder holz schnitzel raus so wieder falsch c jetzt werde ich a den abmachen b den abmachen c den hier holen genau und jetzt mal die ganzen stuppen beseitigen diese hier jetzt ist er schon weg alles klar jetzt ist es gut dran ernsthaft jetzt ist der sturm auch noch zu hoch so ha 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 Oh, zu früh gelacht. Okay. Zu früh gelacht. Auch zu hoch? Na, dann machen wir einen Kürzer. So einfach ist das. So einfach ist das. So einfach ist das hier. So einfach ist das hier. Ja, friss. Friss das Ding. Ja, friss. Na, endlich. Super. Da drüben ist noch eine. Auch zu hoch. Na, wir wissen ja, wie wir dem abhelfen. Eins, dreh, wieder knie. So. Alles klar, mein Freund. So. Oh, war ja schon oben. Okay. Wunderbar, das funktioniert. Ups, da gibt es ja noch ein Stück. So, und runterlassen. Alles klar. Und jetzt fahre ich hier einfach ins Gemüse rein. Ah, das ist zu groß, ne? Ja, das ist zu groß, ne? Schade. Schade, das ist zu groß. Okay. So, gibt's noch irgendwo einen Stubb? Ich dachte, ich hätte mehr Bäume umgekloppt. Okay. Dann war's das erstmal. Ich habe vom Holz die Nase voll. So. So. Ich werde jetzt folgendes machen. Ich werde nochmal nachgucken, ob Unkraut gibt. Nein. Dann werde ich jetzt einfach nächste Wachstumsstufe abwarten und oben volle Pulle geben. So. Holz erledigt. Die Bäume müssen ein andermal weg. Ich muss, ähm, fürs nächste Mal einen Holzhäcksler oder sowas installieren. So. Thema erledigt. Thema erledigt. So, jetzt haben wir Zeit hierfür. so, 5000 Liter haben wir noch. Dünger? Null Liter. Alles klar. Das heißt, wir packen die John Deere mal schnell auf die Seite und holen Dünger. Ich sehe schon, bis wir hier den ganzen Laden aufgekauft haben, wird eine Menge Zeit vergehen. So. Saatgut, Dünger. Eins, zwei, drei. Wieso geht da nicht so ein Tor auf? Ach so, ist neun Uhr. Ja, clever. So. Gucken, dass hier sich kein Unkraut anschleicht. Okay. Ah, wenn er beide voll macht, dann können wir noch zwei Paletten kaufen. Dann haben wir mit Dünger ausgesorgt. alles klar. Alles klar. klar. So, dann hat sich das Thema erledigt. Schade, dass es mit dem Holz nicht so gut klappt, wie ich es mir vorstelle. Ich denke mal, es liegt zum Teil an meiner Unfähigkeit und zum anderen Teil daran, dass das Holz hier krumm und schief ist und dadurch das Spiel einfach nicht weiß, wo es die Hitboxen hinschmeißen soll. Abladen. Okay. Gut. Der Russentrailer hat seinen Zweck erfüllt. Und jetzt können wir den John Deere endlich auffüllen. So. Das machen wir noch schnell als letzte Abendshandlung. Damit wir für heute einen klaren Abschluss haben. Dünger. 12.000. Grad. Klappe zu. Damit sind die Aussaat bereit. So. Den John Deere den stelle ich jetzt einfach mal hier her. So. So. Okay, das war's. Dann würde ich sagen, wenden wir die Folge hier. Jetzt müssen wir nämlich aufs Gemüse warten. Ist da auch ein Kraut drauf? Nein. Aber es ist gewachsen. Super. Das heißt, wir können in der nächsten Folge düngen. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. See you later.